Oh, da ist er wieder abgestürzt. Uncharted 3. Wie ist der erste Eindruck? Ja, kann ich noch nicht so richtig sagen. Das Problem ist, dass es sehr wenige Spiele hier auf dem Server sind. Die Steuerung an sich ist ein bisschen holperig, weil ich musste mal den linken Knüppel hier runterdrücken, um zu sprinten. Das funktioniert aber nicht immer richtig. Und wenn ich halt nicht sprinte, dann sind meine Sprünge zu kurz, sodass ich dann immer in den Abgrund falle und sterbe. Das war so ein bisschen komisch. Oh, da hinten ist jetzt ein Gegner. Habe ich gesehen, ja. Wo ist er hin? Da unten. Ein Granätchen reinwerfen. Da kommt noch einer. Oh, richtig schön. Oh, edel, edel. Keine Chance hier gegen den bewaffneten Chinesen. Ja, ansonsten, ich glaube, es sind insgesamt nur zwei Spieler hier auf dem Server. Von daher habe ich schon die ganze Besatzung von den Gegnern eliminiert. Wir kommen erst gleich wieder. Das ist halt ein bisschen schade. Also ich kann mir vorstellen, dass es mit vielen Spielern auch viel Spaß macht, im Gegensatz zu so wenigen. Generell auch auf so einer verwinkelten Karten ist es natürlich mit... Oh, wieder hier ein... ...einen Kill bekommen. Da oben. Oh, da muss er nachladen. Oh, diese unglaubliche Chance. Nicht genutzt. Jetzt geht's los. Oh, ausgeschaltet. Ein schönes Gefühl hier. Jetzt ist meine Waffe leer. Oh, da wäre ich fast wieder in den Abgrund gestürzt. Jetzt muss ich mich irgendwie erkundigen, wo ich hier neue Munition für meine Waffe bekomme. Und ja, das ist auch ein schöner Move. Ja. 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 Ja.